Nummer 5 Das Schneiden von Schinken mit einem hochwertigen Schinkenmesser macht alles einfacher. So auch bei diesem Spezialmesser aus rostfreiem Stahl mit einer 26 cm langen, kaltgehärteten Klinge, die eine höhere Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit bietet. Es hat einen Genitätengriff, der alles an seinem Platz hält. Alles ist darauf ausgerichtet, mühelos dünne, unwiderstehliche Schinkenscheiben herzustellen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon. Nummer 4 In diesem Fall handelt es sich um ein klassisches Schinkenmesser aus rostfreiem Stahl mit einem an die Klinge Genitäten Fasergriff, der einen angenehmen Griff und eine interessante leuchtend blaue Farbe bietet. Ein weiteres Highlight ist die scharfe Klinge mit abgerundetem Ende, die das Gerät sicher macht und die Gefahr von versehentlichen Schnitten verringert. In der Beschreibung finden Sie den Amazon-Link für dieses Produkt. Nummer 3 Seine rote Farbe verleiht ihm einen Hauch von Originalität, der es von anderen unterscheidet. Aber das ist noch nicht alles, denn dieses Schinkenmesser ist sehr einfach zu bedienen. Und die Handhabung ist dank des glatten, leicht gebogenen Griffes ein wahres Vergnügen. Es ist aus rostfreiem Stickstoffstahl geschmiedet, eine Eigenschaft, die das Messer sehr langlebig macht. Der Griff ist aus einem einzigen Stück gefertigt und mit speziellen widerstandsfähigen Füllstoffen zusammengesetzt. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2 Dieses 29 cm lange Schinkenmesser hat eine schmale und flexible Klinge, die die Handhabung erleichtert. Seine Schneidkanten verhindern, dass der Schinken beim Schneiden an der Klinge kleben bleibt. Zur Vorbereitung und Reinigung des Schinkens vor dem Schneiden empfehlen wir ein Messer mit breiter, starrer Klinge, um die Rinde und den Überschuss zu entfernen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Dieses professionelle Schinkenmesser hat eine 280 mm lange Klinge aus exklusivem Nitrumstahl. Es ist eine lange Klinge, mit einer wirklich beneidenswerten Haltbarkeit im Vergleich zu anderen Modellen von ähnlichem Preis. Der Griff hat ein komfortables Design, das die Handhabung auch bei längerem Gebrauch sicherer und bequemer macht. Das Messer wird mit einem Etui zur sicheren Aufbewahrung geliefert. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Bis zum nächsten Mal.